Moin Leute, heute das Hallo auch erst aus dem Stall. Ich wollte euch heute Morgen eigentlich schon mitnehmen, weil ich so ein bisschen auch die Pferdesachen aufgeräumt habe. Halt wo die Schabracken und so gelagert sind. Aber ja, das habe ich dann leider doch nicht gemacht. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal dran gehen, weil mir das so jetzt auch noch nicht so richtig gefällt. Aber ja, wir sind jetzt erstmal im Stall. Und ich werde jetzt Alfie und Dobby ein bisschen mit Pet reiten und vielleicht auch einen kleinen Sprung machen. Keine Motivation mehr, seit gestern. So, als erstes ist jetzt Alfie dran. Ich habe den gerade schon geputzt und jetzt werde ich ihn mal bandagieren. Wie ihr vielleicht schon sehen konntet, sind wir heute in Rot unterwegs. Meine Lieblingsfarbe ist ja unter anderem auch Rot und ich finde, da steht Alfie auch recht mega, mega gut. Und ja, jetzt trennen sie ihn nur noch und dann geht sie auf den Platz. Alfie, was willst du von Mama? Hallo, komm. Ich bin jetzt auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ja, wir werden jetzt ausmisten, alle boxen und dann können die Ponys wieder in ihre Box. Schaut mal, wer da sofort mal wieder angeschraubst hat. Kleine Nemo. Guck mal, ein Dobby ist mehr. Ah, da ist er. Vergesst dich nicht. So, hola hola. So, alle Ponys drin, fressen gerade ihr Müsli und ihre Äpfel. Und ja, Dobby hat schon mal wieder auf. Der frisst jetzt ein Heu. Und ja, ich hoffe, euch hat diese One Week With Me gefallen. Ich denke, ich kann das nochmal machen. Jetzt in den Ferien, dann in den Osterferien und so. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so fandet. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Das war's für heute. Und dann fahren wir. Bis zum nächsten Mal. Dann ves jewelry. Ja, glaub ich sie nicht immer. Ai心 mit einer Züb sight. üm